Servus an alle, die zuschauen. Ich bitte euch gleich mal kurz, schreibt es mir in den Chat, ob es Probleme mit der Audio gibt. Ich sehe das Bild sprunghaft, habe nicht die beste Internetverbindung heute. Servus noch einmal an alle. Schön, dass ihr euch hier eingefunden habt, zu diesem Buch hier. Ich hoffe, es besitzt noch schon einige. Ich arbeite mit der englischen Version, einige von euch wahrscheinlich mit der deutschen. Inhalt ist dasselbe. Es geht um das Konzept der Antifragilität, die vorne schon draufsteht. Also wie gesagt, bitte kurz hineinschreiben, irgendjemand, ob der Ton halbwegs geht. Ton ist gut. Perfekt. Das freut mich. Und mein Bild ist eh nicht das Wichtigste. Das Bild ist Genderfluorid. Das stimmt. Gut, dann schaut es halt einfach nicht mich an, sondern lieber meine mühsam vorbereitete Präsentation. Na, und dann starten wir sie. Anti-Fragile von Nassim Nikolas Taleb. Es ist ein Name, der sowohl sehr vielsagend als auch überhaupt nichts aussagend ist. Anti-Fragile, das ist doch kein Wort. Was ist damit gemeint? Der Autor selber behauptet gerne, sowohl auf Twitter, wo er sehr rabiat sein kann, als auch im Buch, dass Leute, denen er diesen Begriff erklärt, den Begriff einfach nicht verstehen wollen. Verstehe ich nicht ganz. Ich im Buch beginnt er an einer bestimmten Stelle. Ein Kapitel mit einer wunderbaren Metapher, die hilft, den Begriff zu erklären. Das heißt, wir starten den Kurs gleich in Medias Res. Über den Autor wird es wahrscheinlich in einer der späteren Einheiten mehr zu wissen gehen. Vorher nur noch Organisatorisches. Der Kurs wird sieben Einheiten haben. Die Termine gehen heute noch oder in den nächsten Tagen auf die Kurswebsite heraus. Das Buch sollte man spätestens ab nächster Einheit besitzen. Diesmal, wie gesagt, gibt es nur Begriffserklärungen. Ab nächstem Mal sollte man aber schon einen Teil des Buchs gelesen haben, weil ich nicht hauptsächlich das Buch erklären werde, sondern auch versuchen werde, den Stopp nützbar zu machen für uns. Ja, die Einheiten sind ein bisschen länger als die vom letzten Kurs, beziehungsweise gleich lang, weil letztes Mal hatte ich 45 Minuten angesetzt, meistens doch eine ganze Stunde gebraucht. Fragenzeit nachher, je nachdem, wie viel an Fragen halt kommt. Gut, falls es weitere Autorischen gibt, es gibt den Live-Chat, werde ich nach der Einheit Fragen beantworten. Es gibt für diejenigen, die drinnen sind, auch den Telegram-Kanal zum Kurs. Dort können auch Fragen gestellt werden, immer als Kommentare unter dem neuesten Post. Gehe ich auch am Ende an und ja, dementsprechend können wir einfach anfangen. Das ist ein Bild aus dem Buch selbst. Auf Seite 93 ist es bei mir, wer möchte, kann es dort aufflagen, das Bild in real ansehen. Das Bild illustriert eine kleine Geschichte. Folgendes, stellt euch vor, ihr seid Truthähne. Ihr lebt in einer Gesellschaft von Truthähnen, Turkeys auf Englisch, und ihr habt, so wie wir das in unserer Wirtschaftswelt haben, Menschen die Berechnungen anstellen, über die Entwicklung von den verschiedensten Zahlen. Hier, über Population. Dieser große Truthahn-Mathematiker hier, stellt fest, die Bevölkerung der Truthähne geht nur hinauf und wird nicht reduziert. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, stellt eine Berechnung an, eine hohe, eine niedrige Erwartungshaltung. Problem ist, womit er nicht rechnet, weil er gar nicht in der Lage ist, damit zu rechnen, ist der Tag Thanksgiving. An dem Tag wird, was weiß ich, die Hälfte der Truthähne geschlachtet und gegessen. Truthähne hatten keinen Weg, das vorherzusehen, aber diese fatale Fehler macht all ihre Vorhersagen null und nichtig, bedeuten überhaupt nichts, es sterben trotzdem alle Truthähne. Das ist eine relativ leicht verständliche Geschichte, die hindeuten soll auf Talebs Hauptproblem, aufgrund dessen er das Buch geschrieben hat. Seine Erkenntnis ist gewonnen aus hauptsächlich der Wirtschaftskrise 2008, lässt sich aber auch übertragen auf etwa die Covid-Situation, die wir momentan haben, sowie auf andere große Krisen. Und das ist die, dass jede Art des Vorhersagmechanismus nur vorhersagen kann, was man bereits gewohnt ist. Ja, weil dort kennt man ungefähr die Kriterien, wann so ein Fall eintritt, aber Katastrophen sind unvorhersehbar. Katastrophen, sogenannte Black Swan Events. Ich hatte mit zumindest einem Menschen gesprochen, der Anti-Fragile nicht gelesen hatte, aber der Talebs vorhergehendes Buch The Black Swan beschreibt auch in einer kleinen Geschichte genau solche unvorhersehbaren katastrophalen Ereignisse. Die Geschichte geht folgendermaßen, sie wird zumindest Popper zugeschrieben, geht aber wahrscheinlich nicht auf ihn zurück. Sie illustriert jedenfalls einen Punkt, den Popper erwähnt, und zwar, dass in der Wissenschaft Beweise faktisch unmöglich sind und nur Gegenbeweise angestellt werden können. Man stelle sich vor, man möchte herausfinden, welche Farbe Schwäne haben. Wie tue ich das? Indem ich Schwäne beobachte. Dann sehe ich 100 Schwäne, alle sind weiß, 200, alle sind weiß. Irgendwann habe ich 1000 Schwäne gesehen und sie sind alle weiß gewesen und trotzdem kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, dass alle Schwäne weiß sind, denn eines Tages könnte der eine schwarze Schwan auftauchen, wenn man die gesamte Theorie zusammenhaut. Und dementsprechend ist Black Swan bei Taleb der Begriff eines unvorhersehbaren Ereignisses, das alle bis dahingehenden Kalkulationen über den Haufen wirft. Ich zitiere aus dem Buch auf Englisch, ich hoffe, das ist für niemanden ein Problem, wenn doch, dann bitte hineinschreiben, dann werde ich ab der nächsten Einheit auf Deutsch zitieren, ich besitze das Buch auch auf Deutsch, aber Original hat halt immer doch noch etwas Besseres. Black Swans are large-scale, unpredictable and irregular events of massive consequence, unpredicted by a certain observer und such unpredicter is generally called the turkey. Turkey, nach dem turkey problem, der Troutan, der in Thanksgiving, in seinem Fall, das Ereignis dem Black Swan nicht vorhersehen kann. When he is both surprised and harmed by these events. I have made the claim that most of history comes from Black Swan events, while we worry about fine-tuning our understanding of the ordinary and hence developed models, theories or representations that cannot possibly track them or measure the possibility of these shocks. Eine gewisse Berechtigung hat er das zu behaupten. Schließlich lässt sich doch die gesamte Geschichte um ein paar Punkte herum aufziehen, die anscheinend niemand erwartet hatte. Das mir sofort eingefallen ist, wie ich das gelesen hatte, war etwa der Erste Weltkrieg, von dem angeblich erwartet worden war, dass er nicht besonders lange dauert und er schließlich auf ein Jahrhundert der relativ kleinen Konflikte gefolgt war. Aber irgendein Parameter wurde von niemandem beobachtet, konnte somit nicht in Berechnungen einbezogen werden und damit haben wir den blutigsten Konflikt der gesamten Menschheitsgeschichte. Black Swan Events anzuerkennen fällt also schwer. An einer Stelle des Buches die ich mir nicht aufgeschrieben habe, spricht er von Ägypten. Im antiken Ägypten, dem ersten sozusagen Zentralstaat der Geschichte, der Berechnungen anstellt und damit das Turkey Problem dem begegnen kann, wurde von Nil-Überflutungen ausgegangen, weil die natürlich immer wieder stattgefunden haben. Aber man hat immer gerechnet mit der höchsten Überflutung bis zu dem Event, bis zu dem Zeitpunkt. Und hier liegt das Problem, denn es gibt immer einmal die höchste Überflutung und davor hat es noch nie gegeben. Aber leider Gottes haben wir diesen Fehler seitdem noch nicht wirklich behoben. Sobald ein Black Swan eintritt, rechnet man mit Black Swans der gleichen Art. Das ist das, was Taleb als First Order Learning bezeichnet, von einem konkreten Ereignis auf ähnliche konkrete Ereignisse zu schließen. Aber das Second Order Learning, quasi das abstrakte Phänomen dahinter, den Black Swan selbst, als Idee in seine Berechnungen einzubeziehen, daran scheitern wir. Das heißt, wir rechnen vielleicht damit, dass nachdem jetzt Covid-Krise war, dass wenn man dem offiziellen Narrativ vertraut, wieder Pandemien auftreten, aber man rechnet nicht mit ähnlich gravierenden Ereignissen, die wenig mit diesem zu tun haben, etwa beliebiges Beispiel ein Blackout. Dieses Second Order Learning ist notwendig, schreibt Taleb, denn die gesamte Geschichte besteht aus Black Swan Events und trotzdem behaupten wir, dass wir durch unsere Berechnungen, die doch im Rahmen des Erfahrenen bleiben, in Zukunft vorhersagen können. Das ist das, was Taleb als Predictive Fallacy bezeichnet. Wir können die gesamte Realität, wenn wir so wollen, als Black Box bezeichnen. Eine Black Box, das ist in der Wissenschaft ein Prozess, der nicht durchschaubar ist. Wir können den Prozess selbst nicht verstehen, was während dem Prozess abläuft, das heißt der einzige Weg mit einer Black Box zu interagieren ist Input zu beobachten und dann Output zu beobachten. Ich selber komme aus der Linguistik. Wir bezeichnen zum Beispiel das Generieren von Sprache als Black Box. Du bekommst sprachlichen Input, das ist klar, und du produzierst Sprache, aber wie die Prozesse ablaufen, das ist uns nicht sichtbar. Und das Unschöne an der Black Box ist, dass das ein sehr häufiges Phänomen ist. Die meisten bis alle Prozesse sind den Menschen nicht sichtbar und wir lernen Prozesse in der Welt überhaupt nur kennen, indem wir Inferenzen treffen aus den Beobachteten. Empirisch also. Und die Predictive Policy ist es dann, zu glauben, man hat einen Prozess verstanden, den man eben noch nicht verstanden hat. Und Menschen, die diesen Fehler begehen, die bezeichnet Taleb als Fragilistas und den Fehler, den sie betreiben, als sogenannte Soviet Harvard Delusion. Das hier, was ihr hier seht, ist der Feind von Taleb, die Berechner, die behaupten, die Realität verstanden zu haben. Er beschreibt an einer Stelle des Buches eine Szene, wo er geladen ist, er stammt selber auch aus der Wirtschaft, zu einem Meeting, wo genau so eine Vorherseite getroffen wird und beschreibt in relativ wie sie einen das aufregt, diese Vorhersagen, die seiner Meinung nach auf nichts fußen. Sowjet Harvard Delusion, warum? Weil die Sowjets und die Harvard Universität zwei besonders starke Beispiele für das darstellen, was Taleb hier stört. Sowjets, damit spielt er natürlich an, die Planwirtschaft, der Gedanke, dass man sämtliche Produktion und Konsumption in einem Staat vorhersagen und planen könnte. Denn klarerweise, was man hier nicht mit einberechnet, sind zufällig eintretende Ereignisse, die man nun einmal nicht ganz ausschalten kann. Eine einzige Erntenot kann die gesamte Planwirtschaft zusammenhauen. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. In diesem Falle hilft Überproduktion sozusagen Redundanz. Wenn ein Teil des Systems nicht funktioniert, funktionieren immer noch alle anderen. Aber wenn das gesamte System genau durchgeplant ist, die höchste Effizienz hat, dann wird es anfällig gegenüber das kleinste Problem an einem Punkt. Das ist etwas, was wir immer mehr beobachten, da die Welt immer mehr in Richtung Optimierung geht. Siehe zum Beispiel Lieferketten mit dem Just-in-Time-Prinzip, das besagt, dass jeder Punkt einer Produktion, jedes Element einer Produktion genau in dem Moment fertig wird, in dem es gebraucht wird, und das Objekt kommt genau dort an, wo es weiter verarbeitet wird, wenn es dort eingebaut wird. Dann siehe die Blockade im Panama-Kanal früher dieses Jahr und ein guter Teil der gesamten Weltwirtschaft liegt flach. Das liegt daran, dass wir hier eine sehr kleine Schleuse haben, Panama-Kanal eben, und dass Prozesse so optimiert sind, Produktion in weit anderen Gebieten der Erde, lange Strecken werden zurückgelegt von produzierten Gütern. Ja, und das ist nun einmal extrem anfällig gegenüber Blacksons, wie einer Kanalblockade. Sowjets, ja, aber warum Harvard? Was hat Harvard mit den Sowjets zu tun? Harvard ist nun einmal eine Elite Universität und steht für Taleb stellvertretend für den gesamten akademischen Betrieb, den er stark kritisiert. Darauf werden wir wahrscheinlich im späteren Kurs noch einmal eingehen. Aber kurz gesagt, Taleb behauptet, dass keinerlei Evidenz dafür besteht, dass ein höheres Maß an Bildung tatsächlich zu einem höheren Maß an Produktivität oder sonstigen positiven Größen führt. Stattdessen, dass tatsächlich Erkenntnisse meistens bis immer in der Praxis getroffen werden und Universitäten beziehungsweise Bildung an sich sich nur einredet, für positive Änderungen verantwortlich zu sein. auch hier Taleb ein schönes Bild dafür, er nennt es Lecturing Birds How to Fly. Das Bild sieht folgendermaßen aus, Vögel lernen natürlich fliegen. Nun, man stelle sich vor, man schickt Vögel in eine Schule oder in eine Universität, bestückt mit Fragilistas, Menschen, die glauben, Prozesse zu verstehen und uns auch beibringen zu können, mit Professoren, die eine wundervolle Methode ausgearbeitet haben, wie man Vögel denn das Fliegen beibringt. Sitzen diese Vögel dort im Unterricht, die Professoren tragen ihre Methode vor, die Vögel schließen das Ganze ab und siehe da, am Ende können sie fliegen. Nun ist es unmöglich zu beweisen, dass die Vögel nicht aus diesem Kurs das Fliegen gelernt haben. Und im Gegenteil, wir als Menschen tendieren dazu, überzukompensieren, in dem Sinne von eine positive Änderung nehmen wir wahr, könnte diese aber auch einfach eliminiert werden, könnte man auch einfach nichts tun mit dem gleichen Effekt, sind wir relativ blind dem gegenüber. Dieses Lecturing Birds Hard to Fly findet sich tatsächlich im Bildungssystem etwa wunderbares Beispiel ist der muttersprachliche Unterricht in der eigenen Schule. Gymnasium noch deutsche Grammatik zu lernen, sogar in der Volksschule schon, ist völlig unnötig, da eine Grammatik immer nur eine Annäherung an die tatsächliche sprachliche Grammatik ist, wie ich als Linguist glaube ich sagen, und dementsprechend weniger perfekt als das, was das Kind intuitiv lernt. Taleb behauptet, nun, das kann man ausweiten auf noch deutlich mehr Bereiche, etwa auf die Wirtschaft, dass die Wirtschaft, die an Universitäten unterrichtet wird, tatsächlich mehr Schaden anrichtet, da sie Dinge in Modelle presst, die niemals ganz zur Realität passen können und purer Instinkt Trial and Error vorgehen tatsächlich für einen angehenden Unternehmer der bessere Weg wäre. Trial and Error hat natürlich auch die Implikation des Error, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Soviel zum Thema Sowjet Harvard Delusion. Was ist das Problem mit dieser Delusion? Implizit steht hier bereits drinnen für diejenigen die sie kennen sicher die Debatte zwischen Empirismus und Rationalismus. Kann ich Wahrheit über die Realität erfahren? Kann ich das nicht tun? Kann ich nur durch Trial and Order lernen? Kann ich Dinge gedanklich durchdringen? Taleb sieht die Realität vor allen Dingen einmal chaotisch. Er sieht, alles, alle Objekte, alle Systeme, alle Theorien und so weiter mit einer chaotischen zufälligen Realität arbeiten müssen, mit einer Blackbox. Ob Zufall tatsächlich existiert, darüber ist sich die Wissenschaft natürlich noch nicht einig, aber Zufall existiert auf jeden Fall insofern, dass Zufall in jedem System auftritt, dessen innere Mechanismen man nicht ganz versteht, nicht ganz durchdrungen hat. Nun, und wenn Zufall existiert, dann muss man auch einen Weg finden, mit ihm auszukommen. Und das ist das Problem. Taleb meint, in den Problemen mit Black Swans, die existieren, auch in anderen Problemen, dass wir niemals die Realität gänzlich verstehen. In isolierten Bereichen vielleicht schon. Naturwissenschaften können Naturgesetze herausfinden, können die dann auch anwenden, das stimmt, aber so etwas hochkompliziertes wie etwa der menschliche Körper oder ein Markt oder ein politisches System arbeitet über viel zu viele verschiedene Variablen, als dass wir die alle auf einmal in ein System pressen könnten. Das ist nicht nur Talebs ideelle Behauptung, das findet er auch empirisch belegt entsprechend. Wir werden später im Buch noch auf Studien zu sprechen kommen, die tatsächlich Zahlen nennen, scheinen zu beweisen, dass Vorhersagen so oft scheitern, wie Taleb das behauptet. Aber gut, das heißt dann, wenn wir nicht in der Lage sind, die Realität zu verstehen, zu durchdringen, die Gesetze aufzustellen, durch die wir perfekte Vorhersagen sprechen können, dann äußert sich nun einmal Zufall. Ja und wie gehe ich mit Zufall um? Dafür muss man kurz noch aussprechen, was Zufall genau ist. Taleb spricht von Disorder, um genau zu sein. Ich weiß jetzt leider nicht, welches Wort er im Deutschen wählt, aber ich kann es einmal spontan übersetzen als Unordnung. Um genau zu sein, spricht er eine ganze Disorder Family an, mit der man nur noch einmal zu tun hat, in jedem System, das man nicht gänzlich versteht. Diese Disorder Family umfasst verschiedene Konzepte, um genau zu sein, 16 Stück, die ich jetzt einmal nennen werde. Das sind Uncertainty, also Unsicherheit, Variability, also Variabilität, Imperfect, Incomplete, Knowledge, also inkomplettes oder nicht perfektes Wissen, Chance, Zufall, Chaos, Chaos, Volatility, Volatilität, natürlich, Disorder, Entropy, Time, The Unknown, Randomness, Turmoil, Stressor, Error, Dispersion of Outcomes und Unknowledge. Ich werde nicht auf alle davon weiter eingehen, aber einige davon lohnen sich besprochen zu werden, denn wir werden bald auf die Hauptidee des Buches zu sprechen kommen, Antifragilität, und diese existiert in Relation zu allen diesen Wissen. Dann, glaube ich, gilt es doch einige davon spezifisch anzusprechen. Zufall, wie gesagt, ist Emergenz von einem Phänomen, wenn man so will, in jedem System, das ich nicht ganz verstehe. Zufall bedeutet, es passieren Dinge, die ich nicht vorhersagen kann. Ganz einfach. Warum steht hier Time drinnen? Ganz einfach, weil sich Zufälle mit der Zeit häufen. Alles, was regelmäßig passiert, häuft sich mit der Zeit, sobald ich ein System nicht ganz verstehe, treten Zufälle auf. Notwendigerweise treten mit der Zeit mehr Zufälle auf. Ganz einfach. Das heißt, Zeit ist so etwas wieder, die optimale Messgröße für die Stabilität, Fragilität, Antifragilität eines Systems. Stressor ist alles, was auf ein System dauerhaft Stress ausübt, also Schaden daran anrichtet. Das heißt, etwa bei einem Haus sind es Erdbeben zum Beispiel, die an der Substanz des Hauses langsam nagen, es langsam zum Einsturz bringen können und Error ist noch wichtig anzusprechen. Ein Error ist ein Fehler, den ich persönlich durch eine Entscheidung treffe. Ich treffe eine Entscheidung, diese war keine gute Idee, es ist ein Error, wenn ich Schaden von dieser Entscheidung bekomme. Nun, diese Dinge sind alle bekannt und das sind alles Dinge, die auf den verschiedensten Ebenen, auf den verschiedensten Domains des menschlichen Lebens auftreten. Wie bereits gesagt, Objekte wie Systeme haben damit zu tun und zwar immer auf eine von drei Weisen. Diese drei Weisen sind fragil, robust und antifragil. Das ist jetzt ein bisschen viel, heißt, ich möchte es noch einmal langsam, langsam durchgehen. Was fragil ist, ist jedem klar. Man stelle sich vor, etwa eine Box, man bestellt sich auf Amazon ein Set Gläser aus Glas, man bekommt es liefer, drauf steht so ein Pickerl, steht drauf Fragile, Handle with Care oder so etwas. Was bedeutet Fragilität? Fragilität bedeutet, man hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, Schaden zu bekommen durch irgendeine Form von Disorder. Ein Zufall ist es etwa, wenn ich stolpere und mir die Box runterfällt und die Gläser alle zerbrechen, dann bekommen die Gläser Schaden natürlich. Ein Stressor ist jedes Mal, wenn ich das Glas verwende, übe ich leichten Druck darauf aus, wenn zu viele von denen sich häufen oder zu starke Stressors ausgelöst werden, dann kann mir das Glas genauso brechen, wenn ich es einmal zu fest nehme, etwa. Und Time sowieso, kaum ein Glas hält ewig, siehe bloß wie viel archäologisch an Scherben ausgegraben wird und wie wenig an ganzen Objekten. Schließlich ein Error zum Beispiel, wenn ich ein Glas zu fest hinstelle, etc. zerstört ist. Fragilität ist grundsätzlich etwas Schlechtes, das ist die These. Fragilität möchte ich vermeiden, vor allem in Systemen, wirtschaftlichen Systemen, politischen Systemen, Organisationen. Da treffen die gleichen Größen zu. Zufall, ich kann sehr anfällig gegenüber Zufall sein, siehe Unternehmern, ist durch die Corona-Krise an einen Black Swan geraten, zerbricht daran, das möchte ich vermeiden. Taleb's Lebenswerk baut nun oder läuft nun hinaus auf eine bestimmte Erkenntnis. Wenn ich versuche, Fragilität zu vermeiden, landen die meisten Menschen am Begriff der Robustheit. Wenn ich jemanden frage, was ist das Gegenteil von Fragilität, dann bekomme ich meistens die Antwort, das ist Robustheit. Das Gegenteil eines fragilen Glases ist ein robustes Glas, das Gegenteil eines fragilen Systems ein robustes System. Aber, wenn ich mir anschaue, was Fragilität wirklich heißt, im Zusammenhang mit Disorder, dann stimmt das nicht mehr ganz. Fragilität bedeutet Anfälligkeit gegenüber Disorder. Hohen Schaden von Zufall. Robustheit bedeutet bloß keinen Schaden oder weniger Schaden von Disorder. Nun behauptet Taleb aber, dass Robustheit mehr eine Mittelposition einnimmt. Keinen Schaden einzunehmen von Zufall ist nicht das Gegenteil davon, Schaden von Zufall zu bekommen. Das wahre Gegenteil wäre es, von Zufall Nutzen zu bekommen. Und das ist ein antifragiles System. Taleb ist mir auf eine Weise sehr sympathisch, dass, wie ich bereits gezeigt habe, er viel mit Geschichten erklärt. Geschichten helfen, Konzepte zu verstehen. Das haben unsere Vorfahren schon gewusst, deswegen haben sie sich Mythen erzählt. und tatsächlich greift Taleb auf drei Mythen aus dem Nahen Osten, aus Griechenland, mit denen er sich identifiziert, zurück, um diese drei Konzepte zu erklären. Der erste Mythos ist der des Damokless-Schwertes. Damokless möchte nicht weiter ausführen, Fragilität ist den meisten eh schon bekannt. Um die absolute Kurzfassung wiederzugeben, Damokless ist Person hier unten, über ihm hängt ein Schwert an einem seilenen Faden, irgendwann wird dieses Schwert herunterfallen und ihn erschrechen und er wird sterben. Was diese Situation fragil macht, ist, dass er von Zufall keinen Nutzen bekommen kann. Es gibt kein zufälliges Ereignis in dieser isolierten Situation, das Eintreffen kann, das ihm nützt. Zufall kann ihm nur schaden. Zufall heißt, das Schwert fällt herunter und tötet ihn. Das Einzige, was ihm es gibt keinen Nutzen, es gibt bloß keinen Schaden, das ist, das Schwert fällt nicht herunter. Wir haben hier also eine Ungleichheit, bezüglich Zufall. Es gibt keine positive Reaktion durch Zufall, aber nur negative und zwar eine extreme negative Reaktion. Der eigene Tod ist wohl eines der Ereignisse, die man sich am wenigsten wünscht. Nun haben wir ein robustes Wesen. Phönix kann sich regenerieren nach jedem Tod im Feuer, steigt aus der Asche wieder ein Po und lebt weiter. Zufall nützt ihm weder noch schade dahin. Der Phönix lebt immer weiter, immer auf die gleiche Weise. Nun kommen wir aber zur Hydra. Die Hydra, für diejenigen, die es nicht wissen, war ein Monster, mit dem der Held Herakles oder Herkules gekämpft hat und sie hat eine ganz besondere Eigenschaft. Sie besitzt neun Köpfe oder sieben, wenn ich mich nicht irre. Ich könnte abzählen. Schaut mehr aus nach sieben. besitzt sieben Köpfe also. Aber jedes Mal, wenn ihr ein Kopf abgeschlagen wird, wachsen ihr zwei neue an der Stelle nach. Das heißt, die Hydra profitiert von zufälligen Ereignissen von Schaden. Sie bekommt mehr Köpfe dadurch. Im Gegenteil zu Damokles hat sie keinen Nachteil aus Zufall. Das Einzige, was passieren kann, ist, sie friert einen Kopf und bekommt mehr dadurch. Ich glaube, das illustriert die drei Kategorien relativ gut. Die Frage ist nun, haben diese Kategorien tatsächlich Anwendungsorte? Und ja, das haben sie. Tatsächlich findet sich Antifragilität an sehr, sehr vielen Orten in der Welt. Denn Antifragilität ist der Modus der Natur. Dieses Bild wird euch wahrscheinlich wundern, wenn ihr das Buch nicht gelesen habt. Es ist ausgewählt nach dem Titel von Kapitel 3. Heißt einfach The Cat and the Washing Machine. Ich habe kein besseres Bild gefunden, um diesen Punkt zu illustrieren. Also habt ihr einfach hier das Bild namensgleich mit dem Kapitel. Zwischen der Cat, der Katze und der Waschmaschine und der Waschmaschine besteht nämlich ein entscheidender Unterschied. Die Katze ist organisch und die Waschmaschine ist anorganisch. Und Taleb behauptet nun, alles anorganische ist fragil oder bestenfalls robust und alles organische ist antifragil. Antifragil natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, das sollte gleich festgehalten werden. Auch die Hydra wird am Ende getötet. Es gibt einen Weg, sie zu töten und auch das antifragilste System auf dieser Welt würde durch ein, keine Ahnung, ein Meteoritfeld fliegt in die Erde, die gesamte Erde wird unbewohnbar, dann ist auch noch das antifragilste System kaputt. Aber dieser Punkt wird nun einmal selten erreicht, da natürliche Ereignisse doch meistens in einem gewissen Rahmen bleiben. Ein Zitat aus von Seite 54 zum Thema Antifragilität des Natürlichen. Typically, the natural, the biological is both antifragile and fragile, depending on the source and the range of variation. A human body can benefit from stresses to get stronger, but only to a point. For instance, your bones will get denser when episodic stress is applied to them. A mechanism formalized under the name Wolf's Law after an 1892 article by a German surgeon. But a dish, a car, an inanimate object will not, these may be robust, but cannot be intrinsically antifragile. Was heißt das? Das heißt, ein mechanisches, nicht-organisches Objekt kann als solches nicht-antifragil sein. Schaut euch Objekte in eurem Zimmer an, nichts davon profitiert von Schaden. Mit Lebewesen ist es nun einmal anders. Das wahrscheinlich am besten bekannte Beispiel ist der Gewinn von Muskeln. Wenn ich trainiere, wenn ich meinen Körper belaste, dann wachsen meine Muskeln, dann werde ich stärker. Dann kann ich mehr Belastung aushalten. Und das gleiche trifft anscheinend zu auf viele andere Teile des Körpers. Taleb erwähnt hier zum Beispiel die Knochen. Es gibt ein bisschen weiter später drinnen in dem Buch ein Bild von einer Afrikanerin, einer Inderin, einer Inderin, aber in Afrika passiert das Gleiche, die einen Korb voll Obst auf ihrem Kopf trägt. Ich denke zum Beispiel auch an Bilder mit Amphoren oder sonstigem auf den Kopf von Frauen angeblich, muss ich mir vertrauen, wird die Schädeldecke dadurch stärker durch den Druck, der kontinuierlich auf sie ausgeübt wird. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Durchblutung. Diejenigen von euch, die schon einmal Eisbaden waren, kennen das. Man zwingt den Körper zur Durchblutung und die Durchblutung wird dadurch auch stärker. Und im Gegenteil ist es so, dass der Körper tatsächlich unter der Abwesenheit von Stressoren, von Zufall leidet. Das kennt man, der Sojamensch, der Moderne, der nur noch auf seiner Couch liegt, Netflix schaut, keiner Sport macht, sich nicht Zufall, sich nicht den Elementen und jede Art von kleinem überlebbaren Schaden aussetzt, der verkommt schon langsam. In der Biologie spricht man in einem einfachen Diktum von Use it or lose it und dieses Use it bedeutet, was den menschlichen Körper anbelangt, immer Belastung. Tatsächlich gilt das Gleiche doch sogar für das Gehirn. Auch das Gehirn zu verwenden, belastet es auf eine Weise, aber stärkt es auch. Das heißt, in anderen Worten, Antifragilität ist kein Konzept, keine Hirngeburt von Taleb, sondern ein Prinzip, das in der Natur verankert ist, das Taleb entdeckt hat. Und tatsächlich erwähnt er, dass Antifragilität anscheinend der Menschheit schon lange bekannt ist, aber nicht bewusst. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die Menschheit bereits mit Antifragilität gearbeitet hat, ohne noch ein Wort dafür zu besitzen. Er erwähnt zwei, sagen wir, Vorformen der Proto-Antifragilität, in denen der Begriff fast bewusst wird, aber doch noch nicht ganz. Und zwar nennt er Mythridatization, es tut mir leid, meine englische Aussprache ist nicht die beste, ich bin es nicht nur ganz geübt, und Hormesis. In beiden Fällen geht es um den Umgang des Körpers mit schädlichen Substanzen. Wenn ich es jetzt bloß noch finden würde, dann wäre das besonders gut. Bitte, Seite 20 habe ich mir aufgeschrieben. Gut, ich weiß eh, worum es circa geht. Der Punkt ist, Mythridatization ist benannt nach einem altgriechischen König namens Mythridates, der angeblich verschiedenste Arten von Giften, die natürlich üblich waren in der antiken Welt, um unliebsame Machthaber aus der Welt zu schaffen, in kleiner Menge zu sich genommen hat, in langsam gesteigeter Dosis, um eine natürliche Immunität dagegen zu entwickeln. Und die Legende sagt, irgendwann wollte er Selbstnot begehen, wollte Gift nehmen, er ging nicht mal, weil er gegen jedes Gift immun war. Und das ist nicht nur ein Mythos, es gibt genug anekdotische Evidenz aus der gesamten antiken Welt, von Ägypten über Griechenland bis hin zu China, dass solche Praktiken tatsächlich unter Machthabern üblich waren, Immunität zu entwickeln. Und Hormesis behauptet jetzt sogar noch einen Schritt weiter, dass der Körper gestärkt wird durch kleine Dosen schädlicher Substanzen. Er lernt nicht nur mit den Substanzen selbst umzugehen, er entwickelt grundsätzlich stärkere Abwehrfähigkeiten. nur ist da mit Antifragilität erst noch nicht ganz gefasst, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Semantik gehen. Was viel wichtiger ist, ist, man könnte selbst, wenn man diese Begriffe versteht, in anderen Domänen und auf anderen Ebenen höchstens durch Übertragung, durch Metapher von Hormesis sprechen. Das, was fehlt, ist ein Wort für das Gesamtphänomen, das nicht Domain-Dependent ist. Taleb schreibt in dem Buch relativ schön an einer Stelle, uns fehlt ein Wort für die Hälfte der Realität, das Antifragile eben. Er hat, schreibt er, gesucht in allen möglichen Sprachen erwähnt, praktisch den gesamten indoeuropäischen Sprachenkreis, erwähnt auch einige semitische Sprachen, die er beherrscht, Arabisch zum Beispiel, und nirgendwo dort findet er ein Wort für den Begriff den er sucht, Antifragilität eben. Aber, um es noch einmal kurz zu fassen, die Eigenschaft von Zufall und kleinen schädlichen Ereignissen zu profitieren. Deswegen meint er, er muss das Wort selber schaffen. In der Kursbeschreibung habe ich geschrieben, für die, die es gelesen haben, die kennen es bereits, ein neues Wort erfinden ist eine große Sache, dann, wenn ein neues Wort entsteht, bedeutet das gleichzeitig das Bewusstwerden eines Phänomens, das vorher nicht bewusst war. Und Antifragilität war vielleicht intuitiv da, und wir werden nachher noch sehen, in vielen Teilprozessen und auf vielen Ebenen ist der Begriff zwar natürlich noch nicht da gewesen, aber intuitiv vorhanden. Was das Haben eines Begriffs aber ermöglicht, ist über das Phänomen zu sprechen, und zwar Domain Independent. Das Buch geht im weiteren in die unterschiedlichsten möglichen Disziplinen, geht hinein, zum Beispiel in eine Wissenschaftskritik, stellt Vorschläge für politische und wirtschaftliche Systeme auf, geht in eine tiefere Analyse der Medizin und sogar in die Moral ein bisschen hinein. Und all das zu verbinden, ist nur möglich, weil ein Domain Independents Wort Antifragilität existiert. Gut. Gehen wir zurück zu Antifragilität als Prinzip der Natur. Ja. Nur kurz einen Vorgriff auf ein späteres Konzept. Antifragilität ist eine positive Reaktion auf Stress. Mehr oder weniger. Aber, und hier täuscht man sich wahrscheinlich leicht. Es ist nicht so, dass ständiger Stress, ständige negative Ereignisse für das System dann positiv wären. Im Gegenteil, Antifragilität ist Lernprozess. Der Modus der Antifragilität ist es, zu lernen aus Ereignissen und sich gegenüber diesen abzusichern. Das passiert organisch durch die im Körper zum Beispiel durch die Herausbildung von stärkeren Knochen, stärkeren Muskeln etc. Und zwar immer mit einer gewissen Übertreibung. Das heißt, man bereitet sich nicht nur vor auf das Ereignis das gerade war, sondern tatsächlich auf ein noch stärkeres. Das ist der Grund warum man überhaupt an Muskelmasse zulegen kann. Die Muskeln bilden sich so, dass sie nicht nur das gerade gehobene Gewicht, sondern sogar ein noch leicht stärkeres, ein leicht schwereres heben könnten. Aber Dauerstress natürlich würde den Muskel zerstören. Atlas könnte nicht lange so stehen, wenn er einen ähnlichen Körper wie wir hätten, sein Gewicht dauerhaft auf seinen Schultern sitzt. Im Gegenteil besteht Antifragilität notwendigerweise aus zwei Polen, aus Ruhe und Stressereignissen, auf die reagiert werden kann. Das ist etwas, was Taleb als Barbell Strategy bezeichnet, Moment, nach einer Hantel, Langhantel, die an beiden Enden starke Gewichte hat, aber zwischendurch praktisch nichts. Es geht quasi um die Minimierung und Maximierung der Exposure zu Stress. Die meiste Zeit sollte Ruhe da sein, aber dann hier und da kann ein antifragiles System so ein stressvolles Ereignis verarbeiten. Gut. Wenn wir Antifragilität greifen, als Prinzip des Organischen, dann gilt es nicht nur auf der Ebene des Körpers, sondern tatsächlich auch auf der Ebene von ja wenn man so will gesamten natürlichen Systemen. Die Evolution arbeitet über Antifragilität. Was heißt das? Das heißt, sie lernt aus ihren Fehlern. Ein antifragiles System hat nämlich immer gewisse Eigenschaften, die die Antifragilität erst zusammenstellen und diese kann man aussprechen. Das Ziel dieses Kurses ist es natürlich zu erklären, wie ich meine eigenen Systeme antifragil machen kann. Das heißt, wir werden jetzt durchgehen vier Grundeigenschaften, die ein System hat, um Antifragilität zu und ich werde mit jedem dieser Beispiele noch einmal zurückgreifen auf das Organische, das ja doch das Beste, das Grundbeispiel für Antifragilität ist. Und das Erste, was wir haben, ist der Unterschied zwischen einem Top-Down- und einem Bottom-Up-Ansatz. Ein antifragiles System ist kleinteilig. Was heißt das? Antifragile System verfolgt verschiedene Ansätze gleichzeitig nebeneinander. Es wird nicht ein Zugang von oben vorgegeben, sondern diese werden kreativ von unten her in weiter Form produziert, quasi ins Leere geschossen und ja, da sind wir schon beim nächsten Try and Error. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Gehen wir aber noch kurz zurück. Top-Down, Bottom-Up, warum nicht Top-Down? Das ist ganz einfach, weil die Welt ist zufällig, die Welt ist eine Black Box, die Welt hat Gesetze, die wir nicht ergründen können. Top-Down einen Ansatz vorzugeben, kann nur aus dem bisher Gelernten stattfinden. Wenn ich ein Gesetz schreibe, wenn ich irgendeine Aussage über die Realität treffe, dann baut diese auf, auf meiner Erfahrung der Welt. Das ist notwendigerweise so. Und wenn ich davon ausgehe, was wahrscheinlich ein relativ sinnvoller Ansatz ist, dass meine Erfahrung mit der Welt nicht komplett, nicht perfekt ist, dann sind diese Aussagen immer inkomplett. Dagegen ein Bottom-Up Ansatz muss sich an der Realität beweisen. Taucht quasi in die Blackbox ein und kommt aus ihr heraus oder nicht. Das gilt natürlich auch für Top-Down Ansätze. Im Sinne von treffe ich eine gewisse Maßnahme als jemand an der Spitze eines großen Systems, bin ich ein Politiker, der ein Gesetz erlässt oder bin ich in einem Unternehmen und erlasse eine gewisse Investment Strategie, dann wird sich durch die unsichtbaren Prozesse der Welt zeigen, ob diese Strategie sinnvoll war oder nicht. Das heißt, in dem Sinne ist der Bottom-Up Ansatz hauptsächlich dazu da, Schaden zu minimieren. Denn Trial and Error, es gibt immer auch die Leitträger eines solchen Ansatzes. Kleinteiligkeit soll garantieren, dass der Schaden sich in Grenzen hält. Wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, Taleb kam diese Erkenntnis unter anderem nach der Finanzkrise 2008 und im Rahmen dieser Krise ist ein Begriff aufgekommen, der Begriff ist too big to fail. Ein System, das so stark mit anderen Systemen vernetzt ist, dass ein Scheitern dieses Systems Unmengen an Folgen in weiteren Folgen quasi dominoartig nach sich ziehen würde und somit verheerenden Schaden anrichten. Ein kleines System kann nicht so vielen Schaden anrichten. Das ist der Grund, warum Taleb neigt sowohl im politischen zur Kleinteiligkeit, zu föderalen Systemen etwa Subsidiarität als auch in der Wirtschaft zu kleineren Unternehmen und so weiter und so fort. Das gleiche gilt natürlich auch wieder für die Biologie, wir können das ganz klar ansetzen, das Kompetitionsprinzip der Natur bedeutet, jede Spezies, jedes Tier probiert, manche scheitern, die, die nicht scheitern, haben die Blackbox quasi gewonnen, Pflanzen sich fort und ihre Ansätze werden weiter gelebt und weiter verfeinert. Das ist Trial and Error. Nun ist der Punkt, dass Trial and Error nur funktioniert, wenn diejenigen, die das Trial ansetzen, auch den Error spüren. Und hier nennt Taleb die Idee von Skin in the Game. Das ist meines Wissens ein Sprichwort, das nicht von ihm stammt, ich habe es nicht nachrecherchiert, muss ich sagen. Der Gedanke ist, glaube ich, nachvollziehbar. Es geht darum, stecke ich selbst in dem Spiel, das ich spiele mit drinnen, wenn ich scheitere, wer muss dann in Schaden ausbaden, bin das ich oder ist das jemand anderer. Und das Problem ist, siehe wie der Finanzkrise 2008, wenn Staaten, Banken ihre Schulden erlassen, sie irgendwie retten aus der Krise, in die sie sich hinein buxiert haben, heraus, dann lagern sie den Schaden, den Banken eigentlich sich selbst zuzuschreiben haben, ein Steuerzahler aus. Und das führt zum Scheitern des Joy and Error Systems. Denn wenn man den Error nicht nur selbst spürt, hat man auch keinen Grund, ihn nicht zu machen. Und ja, wie soll ich sagen, das ist, glaube ich, gerade auch politisch in einer Demokratie ein sehr starkes Problem, das wir hier sehen. Unsere Politiker haben auf keine Weise wirklich negative Konsequenzen von unverantwortlichem Handel. Das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist einfach ihr Amt zu verlieren, damit halt einen gewissen kleineren Lohn zu bekommen, wobei meistens sie eh gute Posten in großen Unternehmen bekommen, sobald sie ihr politisches Amt verloren haben. Das heißt, ja, sie sind antifragil, die Banken wie die Politiker. Sie können von Zufall profitieren, ihr Gehalt kann hinaufgehen, ihre Berühmtheit, worauf auch immer sie aus sind, aber sie können nicht verlieren von Zufall, zumindest nicht besonders viel. Aber das ist keine eigentliche Antifragilität laut Taleb, sondern das ist Antifragilität auf Kosten der Fragilität anderer. Sie lagern ihre Fragilität quasi aus. Ja, und das Problem ist, dass so etwas natürlich dazu führt, dass eigentlich ungesunde Ansätze, die nicht mit der Realität vereinbar sind, plötzlich möglich werden, weil man selber seinen eigenen Schaden nicht spürt, aber dadurch, dass diese Ansätze fundamental falsch sind, entsteht sowohl Schaden, der irgendwann einmal auf größere Gesamtsysteme zurückfeuert. Man fährt zum Beispiel einen Start in den Boden, gegen die Wand, indem man ungesunde Politik erlässt, auch wenn man selber keinen unmittelbaren Schaden spürt, bricht doch irgendwann das Gesamtsystem zusammen und darunter leidet man sehr wohl. gut. Dann kommen wir zum nächsten Konzept. Nein, kurz noch, Taleb hat einen sehr schönen Satz geprägt, um dieses Trial and Error Phänomen zu fassen und der Satz ist Es gibt diesen berühmten Satz von wegen, was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker, aber was auf jeden Fall auch stimmt, ist, was mich umbringt, tatsächlich, das zeigt anderen, dass ich Unfug getrieben habe. ist intuitiv ein Verständnis, das da ist, man denke etwa, das ist das was mir einfällt, an unsere Geschmacksnerven, unsere Geschmacksknospen, uns schmeckt meistens Nahrung nicht, die giftig ist für uns, zumindest im Naturzustand, das heißt, es haben die überlebt, denen diese Dinge nicht geschmeckt haben und denen sie geschmeckt haben, die sind gestorben. Einfaches Evolutionsprinzip auf allen Ebenen merkbar. Ja, genau, das heißt, das Gesamtsystem ist antifragil durch die Fragilität seiner Teilnehmer. Wir sind hier wieder bei der Kleinteiligkeit, Antifragilität besteht aus sehr vielen kleinen fragilen Punkten, die langsam lernen können und damit wachsen an der Realität. Gut, aber nächster Punkt, die sogenannte Via Negativa, hier sind wir weniger dabei, wie ein System selbst antifragil ist und mehr wie Fragilisierung, wenn man so will, des Systems vermieden werden kann. Wir haben gesehen, Antifragilität ist das Prinzip der Natur, Antifragilität ist quasi von selbst bereits in allem drinnen. Das heißt, um diese Antifragilität loszuwerden, muss man aktiv gegen sie arbeiten. Und das passiert, da kommen wir, ja, da waren wir vorher, genau, das passiert über das, was Talib als Soviet Harward Delusion bezeichnet, über unnötig großes Eingreifen in ein System, das selbst in der Lage wäre, zu lernen und damit zu wachsen. Weil man glaubt, die Realität besser zu verstehen, als Mutter Natur das tut. Und liegt man damit leider praktisch immer falsch. Was Talib hier nicht anschneidet, was ich aber anschneiden muss, ist, dass es nun einmal Gründe gibt, in Systeme einzugreifen. Talib beschreibt sich selber als Humanist, das heißt, ihm liegt etwas an der Freiheit und an der Würde des Individuums. Und das ist zum Beispiel ein Grund, ein natürlich ablaufendes System zu manipulieren. Das Gleiche gilt zum Beispiel für sozialstaatliche Argumente gegen einen freien Markt. Man sagt, es ist mir wichtig, dass jeder Mensch über einem gewissen Existenzminimum existiert und deswegen störe ich den an sich antifragilen freien Markt. Warum ist der freie Markt antifragil? Kurz, Teilnehmer am freien Markt verfolgen gewisse Ideen, von denen sie nicht wissen, ob sie aufgehen oder nicht. Wenn sie scheitern, dann weiß man, dass sie nicht funktionieren. Wenn sie aufgehen, dann weiß man, dass sie funktionieren. Und so kann auch hier ein natürlicher Lernprozess stattfinden. Wahrscheinlich wird es nachher einiges an Fragen geben zum Thema, wo der freie Markt dann doch scheitert, nicht antifragil ist, können wir gerne darüber reden, aber dieses Grundkonzept dessen, was der freie Markt sein soll, das verfolgt doch ein ähnliches Prinzip wie die Natur. Via negativer heißt es nun, meines Wissens aus der Medizin genommen, der Begriff, heißt, Dinge wegnehmen, reduzieren, statt dazu zu geben. Wie bereits vorher erwähnt, der Mensch neigt dazu, auf Scheitern in einem System mehr und mehr Eingriffe vorzunehmen, anstatt Eingriffe zu reduzieren. Ich komme ins Spital mit einem Beinbruch, ich bekomme Schmerzmittel, von den Schmerzmitteln wird mein Verdauungssystem durcheinander geworfen, dann wird mir schlecht, ich bekomme Durchfall, was weiß ich was und die Reaktion des Gesundheitssystems ist natürlich mir Medikamente gegen Übelkeiten, gegen Durchfall zu geben und so lande ich in einer Endlosschlaufe, statt einfach das abzusetzen, was ich bereits habe. Unser Rechtsbuch, unser juristisches System wächst immer weiter und verliert nie unsere Gesetze und so weiter und so fort. Dabei ist der Modus der Natur ein anderer. Die Natur löscht aus der Welt, was mit der Welt nicht mehr funktioniert was in der Welt nicht mehr funktioniert und tatsächlich ist das auch ja, wie soll ich sagen, ein sehr natürlicher Prozess. Taleb beschreibt später im Buch in einem Abschnitt zur Wissenschaftskritik, dass die meisten entworfenen Techniken, das heißt Technik ist alles vom Rad bis zum iPhone, das allermeiste an Technologien verschwindet wieder aus der Welt. Überlebt nicht eine kurze Frist, die es existiert und nur die Dinge, die sich an der Realität bewiesen haben, bleiben. Das heißt, gibt es ein Problem, siehe zum Beispiel auch in der modernen Welt, sollte ich zuerst einmal die Frage stellen, kann ich dieses Problem lösen durch Elimination eines Problemauslösers und nicht kann ich eine gewisse Maßnahme setzen, um gegen das Problem zu agieren. Moderne Welt habe ich warum genannt, weil wir momentan ausgesetzt sind in dieser Welt eine Menge von kleinen Umständen, die stark entfernt sind vom Naturzustand des Menschen. Licht anbelangt zum Beispiel, Sonne ist bereits unten, ich werde hier angeleuchtet, darauf ist mein Biorhythmus eigentlich nicht abgestimmt, auf in Sachen Substanzen, künstlich hergestellte Lebensmittel, Geschmacksverstärker, etc. Taleb geht etwa auch ein, später ein Buch auf die berühmten Vegetable Oils, die sehr beliebt waren, irgendwann letztes Jahrhundert, mittlerweile aber nach langem festgestellt wurde, dass sie im Körper nicht gut tun und mittlerweile geht die meiste Ernährungsberatung in die Richtung, sie aus dem Speiseplan zu eliminieren und so weiter. Das heißt, frage dich zuerst, denn jede positive Maßnahme, nicht vergessen, kann Fehler mit sich bringen, kann scheitern. Wir wissen nicht, ob sie funktioniert, denn sie ist rein rational und das Rationale, das Durchdachte, baut immer auf Erfahrung auf. Das heißt, reduzieren, eine Maßnahme wegzunehmen, löst typischerweise weniger Schaden aus. Kleinigkeit muss man dazu sagen, das gilt natürlich in Extremfällen nicht. In Extremfällen, wenn ich kurz davor bin, zu sterben, ist es natürlich der Medizin sehr wohl berechtigt, wild neue Maßnahmen auszuprobieren an mir, von denen sie noch nicht wissen, welche Langzeitfolgen diese haben könnten, aber das ist nur noch mal ein Extremfall. Und das Verhältnis zwischen Schaden und Nutzen, Fragilität, Antifragilität, ist dort anders. Im Normalzustand habe ich durch die Reduktion meistens deutlich mehr zu gewinnen als durch die Zugabe, die, wie gesagt, immer ein Risikospiel ist, da wir nicht perfekte Information besitzen. Im Extremzustand verliere ich durch das Nichtstun ohnehin, das heißt, ich kann nur gewinnen durch eine Maßnahme. Und schließlich Redundanz. Warum Redundanz? damit ich über Trial and Error nicht zugrunde gehe. Taleb erwähnt das Verkehrssystem zum Beispiel oder gilt natürlich auch die Planwirtschaft als Ansätze, die nur einen Weg auf einmal gehen. Und scheitert dieser Weg, dann ist kein Weg mehr übrig. Stau auf einer Autobahn. Was mache ich sonst? Es gibt nur diese eine Straße. Planwirtschaft scheitert. Gut, okay, es sind keine anderen Produkte mehr da. Trial and Error benötigt es, dass viele verschiedene Wege ein Problem zu lösen parallel nebeneinander laufen, damit möglichst viele scheitern können und trotzdem noch einer ans Ziel gerät. In einem Prozess sollten Redundanzen vorhanden sein. Ich kann wieder über meine Erfahrung als Linguist sprechen. Sprache inkodiert Information mehrmals. Das Deutsche zum Beispiel arbeitet mit Fällen, aber gleichzeitig auch mit Wortreihenfolge in einem Satz, um die genaue Bedeutung zu implizieren. Das heißt, wenn ich etwas leicht verhöre bei einem anderen Menschen, kann ich trotzdem noch nachvollziehen, worum es geht, was er gemeint hat. Ja, und das gilt für jedes System. Und ich sehe, dass wir schon fast am Ende angelangt sind, das heißt, wir kommen noch zu einem letzten spannenden Punkt. kurze Zusammenfassung noch, bevor wir herkommen, Antifragilität, der Versuch von Zufall Nutzen zu gewinnen statt Schaden, wie es ein fragiles System tut, das schaffe ich, indem ich Fragilität, die automatisch da ist, zusammenfasse, ein kleinteiliges System aus lauter fragilen Elementen, von denen viele scheitern oder wenige gewinnen, aber diese geben mir Information, um zu lernen. Ein antifragiles System erreiche ich also durch Kleinteiligkeit und Redundanz von diesen kleinen Teilen verfolgen viele ähnliche Ansätze und auch wenn manche scheitern, erhalte ich wie gesagt Information von denen, die erfolgreich sind, solange ich Skin in the Game habe und somit direkte Rückmeldung des Erfolgs oder Misserfolgs meiner Ansätze. Mit einem System zu manipulieren ist immer ein riskanter Move, da ich nicht genug Information habe, da ich die Realität nicht so endgültig verstehe, dass ich weiß, was die Konsequenzen meiner Handlungen sind, daher brauche ich diesen Trial and Error Ansatz überhaupt, das heißt, Manipulation des Systems maximal vermeiden und wenn sie da ist, eher wieder entfernen, anstatt mehr zu manipulieren und ja, das war es eigentlich bereits, so mache ich ein System antifragil und das ähnelt nur kurz dem Organischen insofern, also man stelle sich vor, eine Spezies oder Population als sozusagen Subjekt Evolution, wenn man so will, jedes Tier oder jede Pflanze dieser Spezies hat im Endeffekt das gleiche Ziel, überleben und vermehren, somit stark redundant, sie sind leicht unterschiedlich, das heißt, guter Rahmen um zu lernen, einige scheitern und einige treffen über das Ziel hinaus, aber die Gesamtspezies überlebt durch die Vielzahl an Ansätzen, die verfolgt wird, um das gleiche Ziel zu erreichen. Natürliche Spezies haben immer maximal Skin in the Game, wenn sie keine Nahrung bekommen, verhungern sie, wenn sie keine Verteidigungsmechanismen haben, werden sie gefressen und wenn sie wie auch immer scheitern, können sie sich nicht vermehren, das heißt, dieses Problem an andere ausgelagerten Fragilität kommt in der Natur faktisch nicht vor und somit auch ähnlich auch das Problem von Tinkering, der Sowjet Harvard Delusion, des Bottom Up Ansatzes nicht höchstens vorstellbar im Kontext eines Zoos, in dem Menschen das Leben von Tieren steuern quasi, wo sie gewissermaßen sicher sind, aber sie wären nicht mal antifragil, in dem Sinne, dass sie mit zufälligen Ereignissen auskommen können. Der Löwe im Zoo ist robust, er ist sicher, er bekommt genug Nahrung, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein anderes Tier enttötet, aber welches zufällige Ereignis auch immer eintreffen mag, es wird ein umbringen, der kann außerhalb dieses Gehege Biotops nicht überleben. Gut, ich möchte mich gleich entschuldigen noch einmal, wie abstrakt das Ganze heute war, es geht nur einmal darum, Grundkonzepte verstanden zu haben, hoffe ich habe genug Beispiele auch noch erwähnt, jetzt werde ich am Ende aber noch zu einer raschen Anwendung kommen, einem sehr interessanten Beispiel meiner Meinung nach, werde ich Taleb hier auch für ein bisschen unehrlich bezeichnen. Bevor wir abschließen, kurz ein Zitat von Heraklit, das meiner Meinung nach eine dieser Vorerkenntnisse, die zum Begriff der Antifragilität geführt haben, sind. Das Zitat geht, der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien. Krieg möchte ich hier ersetzen mit Konflikt, denn Konflikt kann sehr viel bis alles heißen. Konflikt mit anderen Menschen, Tieren, der Natur, Systemen etc. Wir stehen in einem dauerhaften, konfliktartigen Austausch mit der Realität. Wir haben Ziele und Hindernisse, stehen uns dabei im Weg, diese zu erreichen. Wir können lernen, wie wir mit den Hindernissen umgehen, aber niemals perfekt. Wir können scheitern oder wir können gewinnen und wenn wir gewinnen, dann nehmen wir das, was wir gelernt haben, mit. So läuft alles ab und tatsächlich schreibt Taler auf Seite 5 ist es sehr gefährlich, das nicht zu haben. Er schreibt Das kennt man im menschlichen Körper, ich habe es angesprochen, der Mensch verkommt, wenn er nicht genug Aktivität, nicht genug Stress, nicht genug Zufall in seinem Leben hat, aber das gilt nun einmal für alle Systeme. Wird man zu lange in Ruhe gewogen, dann verkümmert man oder wird anfällig gegenüber Black Swan Events werden und töten. Das heißt, ein System, das Antifragilität bewusst ausklammert, das stirbt. Die Sowjetunion ist zum Beispiel gestorben. Ganz einfach. Und das hat nun einmal auch gewisse moralische Implikationen, die ich nur kurz kursorisch ansprechen möchte. weil sie nicht besonders schön sind. Das letzte Kapitel des ersten Buches von Antifragility habe ich bereits erwähnt, heißt What kills me makes others stronger. Entschuldige für den Versprecher. Was impliziert mit der Trial and Error Methode, dass es die gibt, die sterben müssen, damit das Gesamtsystem überlebt. Sonst, wie gesagt, Denial of Antifragility führt zum Verkommen, zur Anfälligkeit gegenüber Black Swans und schließlich zum Tod des gesamten Systems. Dennoch schreibt Taleb auf Seite 77 Some of the ideas about fitness and selection are not very comfortable to this author, which makes the writing of some sections rather painful. I detest the ruthlessness of selection, the inexorable disloyalty of Mother Nature. I detest the notion of improvement thanks to harm to others. As a humanist I stand against the antifragility of systems at the expense of individuals. For if you follow the reasoning this makes us humans individually irrelevant. Er schreibt kurz davor der natürliche Modus des Menschen im Stamm und auch schon im größeren vormodernen System ist der, dass viele sterben. Hohe Säuglingssterblichkeit, Kriege etc. führen dazu, dass dawinisch gesprochen selektiert wird. Nur das stärkste überleben und wenn Antifragility stimmt und zutrifft, dann ist das System auf so etwas oder so etwas in der Art auch angewiesen. Natürlich ist das Konzept sehr unangenehm für einen modernen, individualistisch schränkenden Menschen und um heute nicht zu überziehen, möchte ich die Konsequenzen davon auch nicht weiter ausführen. Grundsätzlich das Feld, das hier angeschnitten ist, findet sich meines Wissens unter dem Begriff der Biopolitik, dem Gedanken, wie Menschen mit sich selbst als Organismus, als Gemeinschaft, als Organismus, als Population, die doch der Evolution unterworfen ist, umzugehen hat. Es gibt keine klaren Antworten auf diese Frage, aber die Frage steht im Raum. Und wie Taleb geschrieben hat, einem System die Antifragilität zu verneinen, das führt zu seinem Kollaps. Ich hoffe einmal, das war für euch ein interessanter Denkanstoß. Dann beenden wir die heutige Einheit. Ich gehe jetzt noch auf Fragen ein. Dankeschön. H defend dann Sie die liga sind die Vielen Dank.